Ah, Captain America. Oh man, ich mag Captain nicht. Wenigstens hast du einen bekommen, wo die Waffe ausgestellt wird. Ach, kann man jetzt eigentlich wieder Clash benutzen, wurde es gefixt? Kein Plan. Oh nee, wir sind hier oben. Wir fragen uns in der Runde, wahrscheinlich wo wir alle sind. Nee, wurde es gefixt? Ich hab kein aufstellbares Spiel. Lass mal unten, ich auch. Was für Opfer, ey, ich schwöre. Wir brauchen mal ne Wende hier. Oh shit. Ich hab da ne Börse über getötet. Wo braucht ihr Wende? Ich hab noch zwei. Ach, hier. Ich weiß nicht, wo ich bei Touretto aufstelle soll. Ich hab markiert. Moritz, sag mir noch, wo es auf geht. Kein Ahnung, ne. Ach, irgendwo ist ne Drawer. Hab sie ja klein. Alles. Was? Ich stell's einfach in die Tür. Hier hinten ist noch nicht, äh, zu. Was? Ich hab ihn nur verletzt. Ich balle in die Sicht. Alter, ich bin high. Okay, also wenn zwei Runden reingeschüttet sind, warst du. Junge. Oh boy. Jünger waren einfach drei. Jünger waren einfach drei. Jetzt guck mal weiter hin. Ich hab's gewusst hab, alter. Äh, fuck. Ich hab ihn verletzt. Ich hab ihn verletzt. Ich hab ihn verletzt. Käpt'n verletzt nur noch? Ja, immer. Nein. Ja, es kommt direkt vor mir. Fuck. Oh boy. Jetzt müssen wir dann einen von der Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälter abhalten. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt. großen raum ist gerade keiner der tür in der großen halle beim hängenden fisch hier ist hier ist wird wieder auf marker nein 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 guck da schon hin sie haben sie im blick einfach alle dreieck drücken in welcher kamera seit jetzt kommt sie von anderen seite sie rennt glaube ich wieder dann guck einfach weiter auf die tür wir haben die andere seite könnte aber auch unten durchdrehen die garage haben ja nice Oh, das ist klatsch. Klatsch, klatsch. Alter.